Hallo Leute, da ist wieder euer RedNoser3000 mit New Super Mario Bros. 2 in der Wolkenwelt. Ja und ich hab mir gedacht, spielen wir einfach mal wieder um ein paar Arps. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, denke ich zumindest. Ja, mal sehen wie viel ich diesmal kriege. Letztes Mal war, glaube ich, ziemlich gut. Ist auch schon länger her, wie gesagt. So, komm her. Sieht gut aus, schon jetzt. Ja, ja, kriege ich alle? Nein, schade. Hätte ich jetzt zwei mit einem Schlag gekriegt, das wäre schon geil gewesen. Aber, naja, an Arps mangelt es uns ja nicht und, ja. Sieben Stück sind das, glaube ich, wenn ich zählen kann. Joa, passt. Ähm, und jetzt kommen wir endlich zum finalen Castle der Welt. Wird es auch ein Lava-Castle werden? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ein Lava-Castle. Oh, das sieht innovativ aus. Das sieht wirklich innovativ aus. Die Plattform so hatten wir auch noch nicht. So, Arsch auf die Fresse und dann... Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Muss ich jetzt einen Wandsprung ausführen, ne? Hä, lol. Ähm. Und ich wollte schon in... Boah, ich... Alter. Ich wollte schon in 3DS schütteln. Ach so! Sag das doch! Meine Fresse, ey. Okay. Ich muss klopfen. Naja. Woher soll ich das wissen, Alter? Ähm. Komm, komm. Gibt man hier auch nochmal was, ey? Hier, ja? Jawohl. Ach, das ist ein Secret. Ah. Ich dachte erst, wo ist das versteckte Item? Ja. Erste Starcoin. Und es war ein gutes Versteck. Sehr gut. Hol ich mir noch eben schnell die Blume. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Du, ey. Ich hab jetzt eben den DS tatsächlich geschüttelt. Weil ich dachte, wir wären in einer Wii-Version, Alter. So, und jetzt... Ach so. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Oha. Ah, das könnte jetzt mies werden. Jetzt muss ich entscheiden. Ähm. Ja. Wann ich das Ding hoch und wann runter mach. Das ist eine sehr geile Idee. Das ist eine wirklich geile Idee. Bin ich jetzt schon Fan von... Oh Gott. Jetzt muss ich da perfekt runter. Und das hab ich natürlich nicht geschafft, ey. Verdammt. Ach. Unnötiger Fail, ey. Aber wir hatten die Hälfte. Ist mir gar nicht jetzt so aufgefallen. Gut. So. Blume holen. Ach so, ja. Lol. Das ist noch ein Up. Ich dachte grad. So, ich mach jetzt... Oh, erstmal diese Kufa kaputt, ey. Das gibt's doch nicht. So, jetzt direkt runter. Und hoch. Oh, gut, ey. Sehr schön. Wow. Oh, das ist nicht so einfach. Ich probiere trotzdem mal die Münzen zu sammeln. Oh, Alter. Na, nicht gut. Nicht gut gemacht. Oh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Das ist gar nicht so leicht. Mann, ey. Vor allem, wenn man ja immer den Knopf gedrückt halten will. Das ist man ja so gewohnt. Und dann ist das natürlich ganz neu. Oh, das geht noch so weiter, ne. Hm. Das schmökern die jetzt aus. Du, das ist nicht... Ach, du Kacke. Komm her hoch, ey. Ach so, okay. Ja. Gutes Starcoin. Na. Ach, Mann. Ich wollte doch... Ich wollte... Wie gesagt, man will das immer gedrückt halten. Oh, wir hatten lamer Death, Alter. Genau vorm Ziel. Ah, da könnte ich mir wieder echt... Da könnte ich mir wieder die Haare einzeln ausreißen, so. Hm. Boah, ey. Da würde ich mich jetzt echt gerne mal richtig... Junge, ich hab dich da umgebracht. Ach, Mann. Echt, ey. So. Oh. Junge, der hat mir den Arsch verbrannt eigentlich. So, und jetzt bleib ich lieber gechillt. Das mach ich hier nicht. Das bringe ich nicht. Das kannst du. Das, ähm, ist mir hier zu krass. Ich kann mich einfach noch nicht dran gewöhnen irgendwie. Zack. Ja, man kommt schon ziemlich weit. Auch wenn man den Knopf nicht gedrückt hält. Boah, oh Gott. Junge, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Na, runter. Und hoch. Und dann gechillt bleiben. Gechillt bleiben. Starcoin holen und hoch. Boah, Alter. Und hoch. Oh, mein Gott. Das war doch gar nicht so schwer. Boah, ich muss mich wirklich zusammenreißen. Diesen einen Knopf nicht die ganze Zeit, ähm, irgendwie zu drücken. Weil man ist ja gewohnt, schnell zu rennen einfach. Und dann ist das gar nicht so einfach. Du, da hab ich jetzt aber mies gefailt. Kriegt man hier vielleicht noch was? Nö. Regal. Ist aber auch ne interessante Röhre. Geiles Muster. War ja sonst noch nie so. Oh. Ach so, geläuft es? Ludwig, du kleiner. Spacko, ey. Okay. Wie läuft das denn jetzt, bitte? Wie soll ich den denn treffen, Junge? Ich kapier das nicht. Ach, dummer Fail, ey. Ich hasse Ludwig. Ludwig ist scheiße. Aber so richtig scheiße. Jetzt muss ich hier nochmal warten. Jetzt muss ich das auch nochmal von vorn machen, ey. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub es ja nicht. Ey, aber wie bring ich den jetzt um? Muss ich da, ich muss da auf mich auf jeden Fall hochkatapultieren. Und dann, äh, den irgendwie treffen von oben. Anders kann ich mir das gerade irgendwie nicht vorstellen. Ach, ich weiß es nicht. Ich hab einfach keinen Plan irgendwie. Oh, du bist auch so ein Wichser, ne? Ey, ich glaub es nicht, wie ich hier wieder abkack. Hm. Das kann's ja nicht sein. Das kann's ja an sich nicht sein, ne? Starcoin holen hoch und festhalten und... Oh, scheiße. Und, ja. Pilz holen. Pilz, Pilz. Pilzi. Jawohl. So, und jetzt Ludwig richtig bekämpfen. Nur wie? Ist jetzt die Frage. Soll ich den jetzt genau... Ach so, ich weiß. Das ist genauso wie den hier killen. Man muss genau in die Röhre gehen. Ach, ey. Man muss gar nicht auf ihn drauf springen, ne? Man muss halt nur gucken, wo er ist und dann in die entsprechende Röhre gehen. Oh, das ist doch leicht, ey. Und ich geh da dran, K.O. Ja, geh hoch. Und jetzt such dir das Ding aus. Zack. Ja, wie einfach ist das denn? Ja, und jetzt ist er benommen und dann treffe ich den. Ja, ist doch... Ist doch... Das ist doch Puppi einfach, Junge. Oh, ja. Und dann kann ich ihn auch jetzt schon vorher treffen. Ey, scheiße. Ne, der wird mich doch nicht down kriegen, oder? Der wird mich nicht down kriegen. Nein! Ja, ja. Schrei du nur, wie du willst, ey. Von mir kriegst du kein Mitleid hier. Das kann es nicht sein. So, der World Key zur alles entscheidenden Welt. Meine Güte, ey. Naja, aber irgendwie freue ich mich auch, dass ich jetzt mal ein bisschen faile. Das Spiel ist also doch ein wenig anspruchsvoll. Ja, das ist schön, dass das wieder verfügbar ist. Speichern wir auch. So, und dann spielen wir jetzt mal in der achten Welt los. Jetzt könnten mal Hardcore-Level kommen. Tatsächlich. Ähm. Joa. Auch gut. Oh, ein Leben. Nehme ich gern mit. Haben wir hier auch was Schönes noch? Nee? Ist aber bestimmt hier, ey, ne? Komm, ey. Ich brauche doch nur mal einen Pilz. Wäre mal wirklich echt nice. Sucker. Ah, ja, ja. Da ist einer. Thanks. Oh, no. Ach so, da muss ich einfach nur zurückgehen, ne? Oh, okay. Leichter gesagt als getan. Und ich brauche das Vieh. Oh. Mann, das war wieder so ein lamer Death, Alter. Das geht doch überhaupt nicht. Das geht doch einfach gar nicht. Da zu sterben, Alter. Das ist doch unmöglich, ist das. Das ist doch hier, äh, verstößt doch gegen alles. Ach, da gibt's auch einen Pilz. Gab's den gerade auch schon? Hey, da war doch gerade gar kein Pilz. Ich hab doch alles kontrolliert. Ach, die wollen mich doch hier einfach nur verarschen. Dann wäre ich auch nicht down gegangen, hätte ich den gehabt. So. So. Ach, den haben sie mir jetzt auch weggenommen, ne? Da gab's ja vorher auch einen. So, jetzt öffne ich das mal direkt lieber. Ähm. Da gibt's nix für. Du, ey, das gibt... Das wird mir hier zu heiß. Jetzt geh ich hier unten lang. Schütze ich mich wenigstens ein bisschen. Ach, du Kacke. Komm her, du... Ihr Scheiß-Münzen, Alter. Ich brauch euch. Ich brauch euch alle. Ja. Ja, und es ist sogar ein Tanuki. Tanuki, komm, ja. Oh, ne. Nein. Boah. Gutes Level bis jetzt. So. Oh, hier gibt's überall Abs für, Alter. Halbzeit. Was ist denn jetzt hier? Was bauen sie denn hier ein für Steine, ey? Die sehen aber wirklich nicht schlecht aus. Aha. Ja. Ähm. Das hatten wir ja so... Och, Mann, ey. Geht's mal weiter hier. Mein Gott. Oh, da muss ich warten. Gibt's da hier... Hä, wie wurde ich denn jetzt wieder getroffen, ey? Gib her. Komm runter. Ja, genau. Genau dahin. Ja, ich will doch hier nur, dass was frei wird, Alter. Boah, geil. Wir haben's noch gerade so überstanden. Mann. Ey, wo ist denn die letzte Starcoin? Ah, so. Okay. Mhm. Ich hab's mir ja fast gedacht, nachdem wir... in der letzten Welt auch so eine Ranke am Ziel hatten. Naja. Da kann ich mit leben. Ja, das ist doch gut aufgebaut. Gutes erstes Level. Gutes erstes Level. Wenn man fällt, ist das ja immer gut. In diesem Spiel. Das heißt ja... dass das Level gut war. Ja. Ja. Und ich weiß, eine dreifache Wiederholung. Ist schon geil. Okay. ein Pilzhaus. Ach, warum eigentlich nicht, ne? Haben wir eigentlich was im Inventar? Ich glaub, nö, haben wir nicht. Dann können wir auch gleich mal hier reingehen. Dann rüste ich mich schon mal ein bisschen aus. Ja, ja, Todd. Du bist doch immer zuverlässig. Selbst in der Lava-Welt, wo kein Arsch lebt, verkaufst du deine Items. Ist das nicht schön. Was ein geiler Service, ne? Ist doch wirklich ein guter Service. So. Spielen wir das Geisterhaus. Und es gibt... äh... zu 100% wieder ein Secret Exit. Aha. Direkt mal ein Schalter. Ist der nur für Münzen oder war der bestimmt schon für was anderes gut, ne? Hab ich bestimmt jetzt schon verkackt, ne? Und was ist da? Also ich, äh... weiß nur, dass man da irgendwie sein... hinkommen kann, ne? Oh, oh, oh. Aha, da oben seh ich schon eine Starcoin. Bestimmt, hier muss man hier lang. Ach so, ja. Ähm. Ach so. Okay. Ach, das ist ja so ein Schalter-Level, ne? Ich stehe ja nicht auf Schalter. Hm. Ja. Okay. Hm. Hier kann man auch noch lang. Nutzen wir natürlich eiskalt aus. Ja. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, ne? Ey, warte mal. Hab ich da oben eine Blume einfach so liegen lassen? Das kann's ja nicht sein, ne? Das kann's ja nicht sein, ne? Ja, hab ich nur gesehen. Das kann's ja nicht sein, Alter. Ne, ne, ne. So. Hier rein geht's nicht. Da ist dann die einzige Möglichkeit, weiterzukommen. Oh, ja. Mal alles kontrollieren. Warte, warte. Ja, hätte ja auch sein können, ne? Hätte ja sein können. Das hätte ja mal sein können. Auch hier mal alles... Was? Gibt's hier was? Zeigen die Münzen da hoch? Ey, das scrollt hoch. Gib mal eine Tanuki. So, dann fliegen wir mal da hoch. Was haben wir denn da, hä? Gar nichts? Nichts? Ehrlich? So eine Verarsche hier, oder? Leute. Leute, von heute. Was soll denn das? Da komm ich auch noch nicht rein. Ich hab keinen Plan. Alter. Was soll das? Ähm. Loy. Was passiert denn hier? Und hier? Ich drück einfach mal alles. Weil ich einfach keine Ahnung hab hier, ne? Hm. Warte mal. Ich geh nochmal zurück. Weil der mir das hier so anzeigt. Das ist bestimmt der richtige Weg dann, aber... Okay. Kann ich eigentlich hier nochmal rein? Nö. Aber ich kann da hoch. Das ist ja schon mal... Was Neues, ne? Das hatten wir ja noch nicht. Jaja. Einer auf der Suche nach der Starcoin. Die sehen irgendwie alle verdächtig aus hier, die ganzen... Das ist die... Hä? Da kann man auch nicht rein? Aber da ist die Starcoin. Danke bitte. Dankeschön. Das ist ja mal richtig nice. Dum, 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 dum. Hey, was kommt denn da oben noch? Was kommt denn? Lol. Lol. Wie geil. Was haben wir denn jetzt hier gefunden, ey? Ist das der Secret Exit oder was? Ja, ja, das Laberkein, das ist der normale Exit. Okay, es ist der normale Exit. Ich dachte, das wäre der Secret Exit gewesen. Der sah ja mal sowas von geil aus eigentlich. Der wäre auch gut versteckt gewesen. Warum ist das der normale Exit? Da frage ich mich ganz ehrlich. Na ja. Wir suchen weiterhin den Secret Exit. Wo könnte er sein? Wo könnte er sein? Ich habe doch keine Ahnung. So. Hier ist sie. Ne? Ja. Da war die richtige Tür. Hm. Aber ist schon cool. Also ist verwirrend aufgebaut, muss ich sagen. Also. Wirklich verwirrend. Man kommt irgendwie an Türen raus, die man sieht. Und dann zeigen Pfeile irgendwo hin. Nö. Ja, toll. Eine Blume brauche ich nicht. Ähm. Ähm, 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 ähm. Hier ist auch noch eine Tür. Hey, muss doch was sein, oder? Hier so. Ich habe keine Ahnung an. Hä? Hey, da waren wir doch, oder? Da waren wir doch. Ich brauche den Secret Exit, Alter. Wo ist der? Ja. Ich kann doch nur hier reingehen, ey. Das heißt. Ach so. Vielleicht. Darf ich den jetzt nicht drücken? Nee. Ach, warte mal. Maybe, maybe, maybe. Hier. Und dann dahin. Ja, da kann man dann auch rein, ne? Das ist natürlich die Frage. Vielleicht ist jetzt hier was anders. Ja, ja. Hier ist was anders geworden. Hier ist tatsächlich was anders geworden. Ah, hier ist bestimmt eine Ranke, oder? Nein. Und das Bild switcht auch nicht hoch. Vielleicht. Ja, da ist noch was. Da ist noch was dazugekommen, du. Lol. Okay. Das wird er sein. Das wird er sein. Der Secret Exit, oder? Da kannst du mir nichts erzählen, du. Okay. Ach, nach oben, oder? Nach oben. Okay, nach oben. Was? Ach so. Bö, bö, bö. Jetzt haben wir ihn aber bestimmt gefunden. Du, wenn das denn nicht ist, ne? Das Bild switcht auf einmal nach oben und ich denke nur so, spring weiter, du Sau. Sauber. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Tatsächlich. Ja. Ja, Mann. Yes. Boah. Gut, dass ich das geschafft hab. Meine Fresse, ey. Was? Das war aber wirklich gar nicht so einfach und trotzdem hab ich's geschafft. Richtig gut. Richtig gut, Mann. Und damit können wir den Part auch getrost beenden. Alles ist in Ordnung. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bestimmt mit einem geilen Knochen-Trockenden-Ding da. Keine Ahnung, was das ist. Ciao.